Stelle den Plasma Schneider fertig. Ich will mal hier ran, mal gucken was denn passiert. Okay, aber sehen wir auch eine Anzeige irgendwie vielleicht. Haben wir vielleicht auch einen Elementar oder so? Nö. Also entweder wir können nicht viele Teile mitnehmen oder aber keine Ahnung. So, Plasma Schneider. Was war das Ding nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, dann machen wir das doch mal. Alles klar. Finde Symbolpaare um ein Quadrat zu bilden. Ähm, okay. Das nicht. Und das mit dem aufhinein. Achso, das ist doch mit Scheid hier auch noch. Achso, ich... Hat das schon ganz hart geleuchtet? Ach nee, das haben wir gerade fertiggestellt. Ah. Könnte das passen? Nein. Aber... Nein. Nein. Vielleicht sollte ich mich auf einen Teil konzentrieren und das dann fertig machen. Weil ich gucke gerade immer hin und her, wo könnte was passen. Ähm, das mit dem. Ich weiß, ich bin gerade ruhig. Sehr ruhig. Der und der und dann noch der und der. Success. Ja, und jetzt? Ist der Ding jetzt fertig? Ach, jetzt macht er irgendwas. Alles klar. Gut. Der Cutter ist jetzt komplett. Tomorrow morning I need to go to the city and deliver it. I do not need the battery that they offer in payment, but it would be irrational to refuse. My battery charge is 12%. The most effective action I can take is to get fully charged on the dock station before the morning. Mhm. Okay. Ja, so viel zum Thema. Du brauchst es jetzt nicht. Ähm, ansonsten gibt es hier, glaube ich, erstmal nichts zu sehen, oder? Doch, hier. Ein kleiner Roboter. Was sagt er zum Bett? Das stimmt wohl. Was aber nicht immer passend ist. Zum Beispiel für Aufnahmen. Worin hast du noch gesagt? Von wegen, da ist, da ist sowieso eine Starkstromleitung dran. Okay, ist ja auch dran, aber wir müssen es halt noch umstalten. Okay. Das gefällt mir. Ich hab was, ich vermisse mal was anderes. Beseitige die überschützige Energie an beiden Quellen. Überschützige Energie wird gelb dargestellt. Was? Muss ich dann... Keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich zu viel sein. Ja. Waren wir 50, 40, 20? Äh, 35? Ist das jetzt gut so oder nicht? Anscheinend nicht, wa? Okay. Muss ich jetzt alles nach links haben? Anscheinend. Aber es geht doch gar nicht, oder? Ich habe anscheinend was richtig gemacht. Ich habe anscheinend irgendwas richtig gemacht. Gut. Dann laden wir uns mal auf. Wir hängen jetzt auf. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mit dem Kabel verbinden werden. Und der Batterie halt. Das sah für mich zuerst wie so ein Werkzeugkasten aus. Ich werde dich mal ein wenig unsittlich anfassen. Bitte nicht böse sein. Zum blöd muss ich nicht auf die Polung hier achten. Wen? Achso der 8. Der Pilot funktioniert nicht mehr. Was hat er gesagt? Wer soll ich helfen? Und was sind diese Nummern? Ist es ein Kode? Davon gehe ich mal stark von aus. Das ist 8, 8, 2 und dann wahrscheinlich noch eine Zahl. Ja genau. Achso nach oben gehen. Zahlen. Ist sogar oben links eingeblendet, wenigstens etwas. Vielleicht hier am Bord-Computer irgendwas. Dann setz dich doch mal hin. Erstmal Alarm deaktivieren. Frachtraum öffnen. 8, 8, 2, 1. 1. Enter. 8, 8, 2, 2. Ich meine, so viel Auswahl haben wir zum Glück nicht. Gehe ich mal stark von aus. Ich will trotzdem noch mal reingucken. Die Tür ist bereits öffnet. Es gibt keinen Vorteil bei der Passwort wieder. Okay. Okay. Ich wollte noch Diagnose gucken und so eigentlich. Aber gut. Wie ist das möglich? Menschenteile. Also modifizierte Elektronikteile, die menschlich aussehen. Hat mir auch, hat er ja gesagt. Von wegen. Einige sehen dann auch menschlich aus. Jetzt hat er doch noch etwas, was wir sie erwähnt. Entschuldigung, was wir? Ich würde mich um ehemaligen. Gehen, ich würde mich herumdagen. Immer noch, was unser Leben. Es ist wichtig. Und es war. Das ist wichtig. Sie sind wichtig. Und. Es gibt nicht. Die Schutte ist entgegen. Gehen sofort aus. Was passiert? Ich frage Fragen. Identifiz dich. RT-217NP Wo sind die Passenger der Schutte? Menschen? Sind das wirklich Menschen? Ähm... Aber soviel zum Thema von wegen. Kein Krieg, keine Gewalt und so, ne? Der Piloten hat die Schutte während der Schutte und nicht funktioniert. Ich versuchte ihn zu retten, aber nicht zufrieden. Wie haben Sie in den Schutte? Der Schutte schloss neben einem Gebäude, wo ich bin. Ich habe also entschieden, um die Schutte zu evaluieren. Sie haben Menschen, die in dieser Schutte wurden. Sie haben klassische Informationen, das bedeutet, dass wir jetzt dich verabschieden müssen. Nein, warte. Was ist das?